hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 mit reality auf der grünfelder land mist wie befürchtet ist der eierpreis im keller gegangen ja wir haben jetzt nur noch einen preis von 3.236 das heißt 264 euro weniger pro 1000 eier und dann haben wir hier noch dinkel beim edeka für 1100 attacke auf jeden fall eine ladung dinkel verkaufen wenn ich sogar alles dat werde ich mir nicht entgehen lassen auch wenn vielleicht der andere preis noch ein bisschen höher steigen könnte aber das hatte ich ja bei den eiern auch gehofft und Prozent kläglich besagt so gestern im Prozent in der folge habe ich ein Autorennen gewonnen zur zwei zum zweijährigen Jubiläum von real farming unglaublich zwei jahre sind rum wer sich die ersten Folgen anguckt der wird merken einfach nugs am werk aber inzwischen läuft das ganze ein bisschen geschmeidiger bei uns und es freut mich dass einfach Prozent eine gewisse konstante mit dabei ist und würde mich noch mehr freuen wenn wir Spieler wenn wir mehr Spieler werden muss ich ganz ehrlich sagen das sind nicht so viele also bewerbt euch gerne bei Malumation auf meinem Discord Channel der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt beziehungsweise auch wenn der ein oder andere ehemalige wieder Bock hätte warum auch immer er gegangen sein mag ich weiß es nicht hat mir keiner jemals gesagt warum der ein oder andere das Projekt verlassen hat würde ich mich auch freuen wenn derjenige vielleicht zurückkommt dann einfach direkt an mich wenden das ist nicht nur mann nicht ausgetragen haben mann nicht macht so zum Port jetzt werden gehen dort doch den Support seit jetzt ich glaube es auch schon knapp einem halben dreiviertel Jahr ein Jahr hauptsächlich die Vertretung von mir ich finde ich mega nice macht einen guten Job vielen Dank dafür da ist schon wieder eine volle Palette also zwei Alter mit Eiern welchreich ich hab bald so viele Eier warte mal brauche ich nicht beizen ich muss mal ein bisschen Weizen bei den Tieren rein bevor wir den Dinkel wegbringen ach holt da gerade die Sähmaschine ab, sehr schön Was? Warte ich verbinde sie weiter die hallo hieß da Neumann ja auch vorher hier Servus ähh wir hatten gerade die Sähmaschine abgeholt äh äh Cordes hat er auch die richtige ja der hat die richtige gut wollte ich nur erklären also deine meine die andere interessiert mich nicht kann da verschimmeln gut, danke dir, ciao gut, das stimmt, das ist die Maschine wird auch noch verkauft, sind auch nochmal auf 50k oder so was wir da nochmal aus dem Export kriegen ich habe hier auch nochmal ein Feld zu enden da ist auch nochmal Dinkel drauf so, der Weizen, der reicht mal wieder ein bisschen ein bisschen ich glaube, wenn jetzt ein Anmengung voll Dinkel verkaufen waren Dinkel verkaufen waren und dann schauen wir mal alles wieder im grünen Bereich bei den Tierchen Preise steigen 277.000 plus gestern nice o mart Edeka muss man damit los geht's alter, das wird meine erfolgreichste Woche ever in diesem Projekt seit zwei Jahren so viel Geld in einer Woche habe ich mir nie gemacht über die einigen eine Maschine die und die der Watt und Meckner 100.000 und zum einen die Sankt Rechnung und es ist nicht in die Wiese ein Bett im Kornfeld das ist ja mal frei ein Bett im Kornfeld ja ich denke es ist auch sinnvoll gewesen dass ich mir die Pacht von den zwei Feldern gleich nochmal gesichert habe ich bin der Meinung das ist gut die habe ich schon die kenne ich schon da ist alles im grünen Bereich ein bekommst du kommst du kommst du kommst du kommst du gerade eigentlich so ist das Geld gelungen Arbon die Schilder stehen Prozent muss ich auch mal was können und die größere Sämaschine ist er schon ziemlich sinnvoll 50 594 Volker Bauner, hallo? Moin, Cordes hier das Geld müsste angekommen sein 50 504 das stimmt, das stimmt Jo, danke Jo Tschö Tschö mit Öl Moment, auch gleich mal notieren Export Ronto 50 594 dann haben wir noch äh, Dinkel Edeka Wer kommt denn jetzt noch rein? Alter diese Woche diese Woche ist so knallow I'm so happy ja die Eier, die Eier hätten es nochmal rausgerissen Alter, wenn ich die verkauft hätte ich überleg mal, ich überleg mal noch vielleicht baller ich die am Sonntag noch raus Ah, das ist so viel Geld auf dem Kondo, ey das hatte ich bei der Kreditauszahlung Kredit Kredit ist auch so ein Thema fällt mir gerade wieder ein Mist wenn ich mich gerade gefreut und jetzt bin ich wieder am Boden zerstört und jetzt bin ich wieder am Boden zerstört Schmeckt würde ich sagen Schmeckt So, jetzt sag mal, warte mal 102 200 200 222 322 422 467.000 Euro circa 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 6 6 8 9 9 10 9 10 10 10 10 15 10 10 1 Könnte Sinn machen Ich habe noch eine Bestellung für nächste Woche Ja immer gerne Einen Gabelstapler oder sowas Oder sowas Gabelstapler Gabelstapler ist glaube ich Preis-Leistungs-mäßig ziemlich gut Oder wofür brauchst Oder ja wofür willst du es haben Eigentlich nur ein paar Läden zu beladen Ja dann tatsächlich wäre am besten Also soll ich äh Gabelstapler Aufschreiben Stapelgabel Ja Gut Danke Ciao Ciao Was kostet der? Was kostet was? Ja so ein Gabelstapler 37.000 Was? Ja Der kostet nur 20 oder so Eheh Gibt es da was vergleichbares mit mehr Funktionen? Vom Preisjahr Preisjahr Ja Ich könnte es auch in Kompaktlader nehmen aber der ist nicht gut zum Verladen Ne ich brauche es hauptsächlich wirklich äh Ne dann nimmst du einen Gabelstapel Stapelgabel Ja genau Ähm Könnte man den auch ausliefern lassen? Äh ob ich den ausliefern? Ja das könnte man machen Zum Metzger Zum Metzgi Jo Supi optimal Schreibe dann mit auf die Rechnung Ja mach ich Gut Danke dir Bide Ciao Jo 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 Gut Haben wir da auch eine Gabelstapel? Die Frage die ich mir gerade noch stelle ist Wo ist eigentlich mein großer Anhänger? Ich hatte ja so'n 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 Kasten Anhänger Ne So der mit den Aufbauten Um Getreide und so zu transportieren Den ich eigentlich für Paletten Transport benutzt habe Aber wo ist der? Ich hab keine Ahnung So So Da kommen meine Ahnung Jetzt bin ich aber gerade tatsächlich am überlegen und ich nochmal Die anderen zwei Paletten auch holen soll Ne ich verkaufe jetzt mal die Dann müsste schon passen 54 Mark 3 sind trotzdem knapp 150.000 Schmeckt trotzdem Und dann hauen wir morgen nochmal Das Metzgerzeug rüber So ne werde ich mal begriffen das da hin Das ist halt die Frage ne 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 Ich könnte gucken, ob ich von Max Gormier den Gabelstab laufe. Ich hole mir den Gabelstab elika. Viel einfacher. Der ist dann direkt über die Straße. Das machen wir morgen. In diesem Sinne danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und... Ne, Quatsch, komm, wir verkaufen die Eier vor allem. Wir sind ja gleich da. Wir verkaufen noch die Eier. Eier, 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 Eier. Und morgen machen wir die Metzger-Produkte weg. Alter, das gibt diese Woche so fett money. Ich bin mal gespannt, wie viel davon nächste Woche noch übrig bleibt, wenn wir die ganzen neuen Fahrzeuge bezahlt haben. Warte mal, geht das gar nicht? Jetzt können wir das erstmal probieren. ... ... No kitties. Ich weiß, ich weiß nicht, es ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, nicht, dass es mir nachher ein Steuerbetrug vorgeworfen wird oder so. Ja, nicht, dass es mir geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020